So, einmal schön draufhauen Weiter geht die Party Mein Gott, wie viele Waffen der uns hier da gelassen hat Unglaublich Was ne Butterbirne Gut, ich will ja nicht schmeckern Ach, guck mal, da haben wir den südlichen Sehr schön Ich glaube, den letzten müssten wir vielleicht noch nicht mehr platt machen Würden wir jetzt hier irgendwo noch den anderen Kreis finden Ach komm, ist jetzt auch Quatsch Wir haben so viele Soldaten Ich muss jetzt hier nicht alles abreißen Stattdessen könnten wir lieber schon mal anfangen Die Türme zu bauen Oh Gott, was waren es? Jetzt waren es große Türme? Waren es Wachtürme? Ich glaube, es waren Wachtürme Ach, fuck, ich muss jetzt hier erst mal das Land einnehmen Ha, Mensch Brauchen ja doch nur Pioniere Und zwar nicht zu knapp Ich glaube, ich möchte das Prinzip Den letzten Jahr auch noch platt machen Also unabhängig davon, ob wir jetzt hier Den Kreis finden oder nicht Jetzt wollte ich erst sagen Steinkreis Aber ist ja gar kein Steinkreis Sondern ein Kreis aus Wasser So, einmal die Meldung weggeklickt Damit das Geblinker da unten aufhört So, das sieht aus, als wäre hier der andere Steinkreis Sehr gut, aber wie gesagt Aus Prinzip mache ich den trotzdem platt Ich packe aber schon mal Da jeweils einen Soldaten hin Weil die auch besetzt sein müssen Mein Gott, wo fängt denn die Grenze von dem Mann Wie gesagt, wir müssen ihn Ah, da ist er endlich Sehr schön Platt machen müssen wir ihn nicht Aber ich habe da Bock drauf Ganz einfach Ja, du bist doch bestimmt einer von uns Dann sammeln wir dich doch mal netterweise ein Zack Ins Gesicht So, komm, ich glaube, wir brauchen hier Bei der Masse an Soldaten brauchen wir nicht groß Mit Taktik arbeiten Wir rennen einfach rein So, da kommt noch seine Armee und will Hallo sagen Oder sich abfarmen lassen Eins von beiden Ach Mensch, da kommt noch mehr zu schulen Das ist ja nett Komm, Gruppe 2 geht mal hier links lang Dann haben wir uns auch los So, alle umbringen. Welche Kampfkraft zählt eigentlich in diesem Fall? 100, weil wir auf dem eigenen Land stehen? Oder die 94, weil er in seinem Land steht? Wäre mal interessant. Sehr schön. Alle abknallen. Wunderbar. So, ihr macht dann da mal die Lücke zu. Und wir prügeln hier weiterhin. Alles aus ihrem Buden raus. So, ihr macht mal da hinten weiter. Achso, ihr seid damit schon fällig. Ja dann, weiter bitte. Keine Müdigkeit vorschöpfen. Ah, fachschul. So, ihr macht hier mal die... Na? Hier einmal die Lücke zu. So, haben wir nicht noch ein paar Millionen Soldaten, die wir da ins Getümmel schmeißen können? Oh Gott, der hat auch so viele Waffen. Was ist denn mit euch, Leute? Warum bildet ihr den nicht aus? Mensch. Das hätte ja beinahe den Anflug einer Herausforderung gegeben, wenn ihr ihn mal ausgebildet hättet. So. Einmal lauter Rums. Ja, immerhin. Jetzt fängt er aus zu blöden. Okay. Tja, hätte sie damit mal eher angefangen, wäre es nicht so ein Waffen-Messi. Aber gut, bitte. Ich hebe ihn doch seine. Habe ich hier schon? Ach, da muss ich auch noch einen nehmen. Stimmt. Okay. Okay. So, ihr könnt mal da hinten weiter einnehmen. Juhu, wir sind endlich bei den Bogenschützen hier. Welch Freude. So, mal gucken, ob jetzt gleich die Kampfkraft schlagartig hoch geht. Ja, drei Prozent mal eben. Nett. Aber blöderweise steht seine Dreckskaserne hier noch. Ich könnte hinten schon mal... Oh, wehe dem, der meint sich hier ausbilden lassen zu müssen. Hihihihi. Ach, ich habe jetzt... Oh Gott, ich habe jetzt nur Bogenschütze runtergeschickt. Uh, das war ja immer ganz pfiffig hier. Nein, die knallen mir meine Larrys ab. Dann noch lieber die Bogenschützen, die hier alle eh über sind. So, ihr seid auch noch nicht fertig hier. Schön weitermachen. Hm, unsere Geldspeicher sind voll. Und wahrscheinlich auch hier eher... Dachte ich es mir doch. Naja, egal. Wir brauchen uns ja jetzt eh nicht mehr. Also nicht mehr wirklich. So, Safety first. Was mache ich jetzt mit meiner Horde an Soldaten? Kann man die irgendwie recyceln? So, und ich würde sagen, den Rest, den könnten wir mit F12 machen. So, ich würde sagen, wir würden schon mal hier hin. Ja, komm, ich würde sagen, wir kürzen das vorab mit F12. So, den Turm haben wir besetzt. Den haben wir auch besetzt. Hier unten noch nicht. Ist ja 30 Minuten nicht gespeichert. Stimmt jetzt nicht so ganz. So, schauen wir mal hier. Und wir haben gewonnen. Surprise! Sehr schön. Ja gut, am Ende, sorry für das Überspringen, aber da mussten wir uns jetzt nicht hier noch 10 Minuten angucken, wie in der Wallachai Türme gebaut werden. Das war jetzt auch irgendwie überflüssig. Du lebst immer noch? Was stimmt denn nicht mit dir? Krasser Typ. Da haben wir auch noch einen Überlebenden. Ja, meine Fresse. Ihr seid aber... Ihr habt Eier, Jungs. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wo wir so gelandet sind. Oh, 1220 Krieger. Habe ich echt so viel ausgebildet? Krass. Ja gut, das war ein bisschen übertrieben vielleicht, aber gut. Ihr Lieben, ich bedan... Sorry, eine Sache fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Punkte gemacht. Sehr schön. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.